hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren folge below zero so für mich ist zwei nein drei tage her ich habe gesagt ich mache eine pause von zwei drei tagen so weiter geht's mit alle zwei tage so special liebe grüße danke andré so gut erledigt so was fehlt uns noch ich brauche doch und schauen wir mal vielleicht können wir wirklich schon ja wäre nicht schlecht so titan waren schmierstoff zweimal blei ja das können wir machen titan waren so gleich noch mehr weil wir haben ja wir haben ja genug die die haben wir da keinen doch wir müssen welche haben oder so schmierstoff und blei 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 so super dann möchte ich noch machen was will ich noch machen eine verstärkung geht sich das aus nein im moment im moment geht sich alles gut noch aus zählen ladegerät das könnte man gleich mal machen kupfer und zwei quatschen machen wir das so kupfer und zwei quatschen so das machen wir draußen so super großartig so und dann hätte ich noch gerne natürlich in hier hat die damen waren ja muss ich zuerst natürlich machen so ja vielen herzlichen dank so was fehlt mir denn noch ich habe neun ja genau so die dran waren ja jetzt geht's so so da machen wir gleich mal einen scanner so 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 den würde ich gerne da geht er nicht okay will er auch nicht da würde gehen super ich hätte wirklich gern da drüber baut aber okay da muss ich hin muss ich hin wohl wohl oder übel machen wir das so machen wir das so so mein traum eins keine raum wir haben aber leider nur mehr zwei ich dachte das geht sich eher aus hier ach ja so 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 eigentlich wollte ich so da muss ich mal schauen nein so will ich nein dann werden wir das so machen so ihn hier ein x segment so wir brauchen noch wir brauchen noch titan das x segment unternehmen auch gleich so schwefel lithium natürlich so eines lassen wir da das erinnerungs lithium Titan ja warum nicht so so ist so wird jetzt genommen das belegt jetzt plätze und also irgendwie faszinierend okay okay so ja faszination kennt keine grinsen so da 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 super so und jetzt kommen wir dort noch dazu nein liegt noch bei minus 3 ist super das wollte man eigentlich nicht ja toll So, jetzt bin ich Titan dabei, naja, so, liegt bei plus 5, so, jetzt gehen wir da rein, nehmen ein liebes kleines Reparaturwerkzeug, so, das müssen wir unbedingt schließen hier, Wassereinbruch, ja, das ist super, die Batterien unter Wasser, ja, so, ansonsten, na, sehr gut, so, wie großartig, und wir haben das Tauchtock, so, das Wasser geht zurück, das freut mich ja, üblicherweise besonders, so, hier natürlich auch, so, Titan, nehmen wir noch mit, ja, eins lassen wir da, so, dann haben wir hier ja noch, mit Technik wollen wir jetzt keine, aber, so, da, 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 so, ein Tauchtock, Hammer, Scannerraum, Kupfer, Gold, Tischkorallenprobe, weißt du was, den bauen wir auch gleich, so, Kupfer, Gold, Tischkoralle, haben wir Tischkor, Tischkoralle, ich hoffe, wir haben irgendwo tisch koralle liegen sieht nicht ganz so gut aus haben wir da keine doch 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 ja aber leer super titan wer braucht denn das so aber leider keine tisch koralle macht nix das heißt es fehlt uns im moment tisch koralle wenn wir das einschlichten hier so und wenn man recht später machen für den scanner raum immerhin wir haben ein tauchdruck gebaut so lithium so mit der tisch koralle haben wir ja das pech gehabt aber wir schauen wie weit wir diesmal kommen ohne tisch koralle das ist irgendwie sehr seltsam sehr seltsam das kriege ich weder weg noch sonst irgendwas naja so ich habe eine volle reservebatterie das heißt grundsätzlich freue ich mich über das tauchdeck dock 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 so und los geht's beides könnten wir wenn wir schon da sind titan auch jetzt habe ich mich wieder voll oder ja 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 so sauerstoff eine davon immer mit die nimmer mit oder hagelts immer in der zone immer immer so was haben da fragment ja gut so da haben wir ein geöffnete schwefelpomstel ja 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 wurde ich nicht auf wusste netten bär kein geöffnetes aber gleich ist es geöffnet nein da war extrem so ja der knochenei kommt auch gleich so ja so tisch koralle ja knochenei jetzt geht auch weg da so mit der tisch koralle geht ab nach hause nein aber hier was das kupfer so da haben wir auch noch quats nochmal und sicher titan naja so oh noch mehr quats so das hat ja beim vorigen mal nicht funktioniert dass ich die tisch korallenproben nahm tja und auf einmal geht's wer weiß vielleicht kann ich jetzt dann irgendwann auch wasser trinken Ja, wir werden da noch runter gehen. Ah, du und ich. Ja. So. Ja, ich weiß es. Ich weiß es, aber es sind gleich oben. Fische, Fische, Fische. Nein, ich will dich gerne da. So. 15 Sekunden da. Locker. Zeit ohne Ende. Ah, so. Ja, okay, ich gebe es zu, es war knapp. So, ich will das Licht weg. Genau. Genau. Den will ich, der schmackhaft. Ja. Oh. Ja. Schmackhafter Fisch. Zu mir. Den kann man natürlich auch nehmen. Und dann ist schon wieder gut. So, auf geht's zurück. Wir haben Tischkorallen. Proben. Den haben wir gescannt und das frage ich mich hier. Den können wir schon wieder scannen. Ich dachte, den haben wir schon. Interessant. So, Auge, Auge. Es ist das Auge, Auge. So, wie sieht das Inventar denn aus? Ach. Ja. Da war er irgendwo, oder? Ja, da war er nicht drin, aber? Titan. Da, 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 da. Kupfer ist super. So. So. Na, na. Kuh. So, wie viel Platz hätten wir? Gar keinen mehr. Okay, wir gehen ja schon zurück. Und Oberfläche durchbrechen. Jihah. So. Da, 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 da. Kann ich nicht. So. Super ist das. Herzlichen Dank. So, das heißt aber, Moment, 80 geht noch, aber, das muss ich wechseln. So, Moment. So, ja, wechseln wir dann. Ähm. So, zuerst grillen. Essen. Ich hätte gerne Blasenfisch, aber. Naja. So. Die werden wir jetzt alle grillen. Oh, einer noch. Ich glaube, vier waren es, oder? Super. So. Die werden wir alle essen. Essen, essen. Wahnsinn. Irgendwie ist blockiert das Inventar. Es tut sich aber nichts. Naja. So. Wie war die Geschichte mit dem Scanner-Raum? Gold. Ritz am Bad braucht Gold. So. Gold. So. Wir grillen weiter. Es muss mehr gegrillt werden. So. So. Ups. Mach mal Aug Aug. So. Super. Aug Aug hat auch viel, viel Flüssigkeit. So. Dann werden wir den essen. Und den essen. Der hat nämlich viel, viel Flüssigkeit. So. Tja. Das war's für die heutige Folge. Hier gibt's Licht. Ist schön. Hier gibt's jetzt eher weniger Licht. Ist nicht so schön. Keiner weiß warum. So. Dann würde ich sagen, vielen lieben Dank fürs Dabeisein. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.